David, wo bleibt ihr denn? Wir warten auf euch. Was? Schatz, was ist denn los? Bei Ihnen ist eingebrochen worden. Oh nein, mein schöner Braten. Das war bestimmt eine Einbrecherinnen-Gang. Einbrecherinnen-Gang? Warum müssen es immer nur Männer sein? Ein Einbrecher, ein Männerberuf. Eins, zwei, drei, vier. Oh mein Gott. Das war gar kein Einbruch. Alles, was ich dir sagen will, ist, dass Katrin auch verschwunden ist. Du meinst, Katrin ist auch geklaut worden? Du hältst mich doch für genauso dämlich, wie du auch Katrin für dämlich hältst. Ihr habt also alles geplant? Ja. Warum haben wir keinen Sex mehr? Ja, natürlich haben wir Sex, aber hallo. Wenn dem so wäre, müsste ich es doch wissen, meinst du nicht? Wir haben jetzt genug geredet, du kannst schlafen gehen. Na Katrin, willst du deine Komplizien sprechen, ja? Wie, du verstehst kein Wort. Aber dir macht es ja auch nichts aus, dass dich alle für geistig zurückgeblieben halten. Was? Sagen wir also, ich bin einfach nur blöd. Ja, jetzt hast du es begriffen. Warum redest du denn so leise? Wir sind doch allein. Schau dich um, niemand hört uns zu. Na ja. Was? Joala. Was? Ja, ich verliere. Vielen Dank.